Wusstest du, dass Kraken drei Herzen haben? Diese erstaunlichen Kreaturen der Tiefsee haben ein Kreislaufsystem, das so einzigartig ist, dass es uns immer wieder in Staunen versetzt. Tauchen wir ein in die faszinierende Welt des Kreislaufsystems, dieser Kopffüßer. Kraken, auch als Oktopusse bekannt, sind nicht nur für ihre Intelligenz und ihre Fähigkeit zur Tarnung berühmt, sondern auch für ihr außergewöhnliches Herzsystem. Warum also drei Herzen? Nun, eines pumpt Blut zu den Organen, während die anderen beiden das Blut zu den Kiemen transportieren. Diese Aufteilung ermöglicht eine effiziente Sauerstoffversorgung und stellt sicher, dass der Oktopus in seiner oft extremen Umgebung überleben kann. Während die beiden Kiemenherzen das Blut zu den Kiemen transportieren, wo es mit Sauerstoff angereichert wird, sorgt das Hauptherz dafür, dass das sauerstoffreiche Blut zu den lebenswichtigen Organen gepumpt wird. Ziemlich cool, oder? Diese Trennung der Aufgaben ist ein Paradebeispiel für die Effizienz der Natur. Das größte Herz versorgt die Organe und stellt sicher, dass lebenswichtige Nährstoffe und Sauerstoff im ganzen Körper verteilt werden. Es ist das Herz, das den Hauptkreislauf des Oktopus antreibt und dafür sorgt, dass alle Organe optimal funktionieren. Und die zwei kleineren Kiemenherzen? Ihre Aufgabe ist es, sauerstoffarmes Blut durch die Kiemen zu pumpen. Diese Herzen arbeiten unermüdlich, um sicherzustellen, dass das Blut immer wieder mit frischem Sauerstoff angereichert wird. Dort wird es mit frischem Sauerstoff angereichert und fließt dann zurück in den Hauptkreislauf. Dieser Prozess ist entscheidend für das Überleben des Oktopus, besonders in den tiefen, oft sauerstoffarmen Gewässern, in denen sie leben. Dieses einzigartige System ermöglicht es Kraken, in tiefen, oft sauerstoffarmen Gewässern zu überleben. Die Fähigkeit, in solchen extremen Umgebungen zu leben, ist ein weiterer Beweis für die erstaunliche Anpassungsfähigkeit dieser Kreaturen. Aber das ist noch nicht alles. Das Blut eines Kraken ist blaugrün. Diese ungewöhnliche Farbe ist auf ein kupferhaltiges Molekül namens Hämozyanin zurückzuführen, das im Blut der Oktopusse vorkommt. Der Grund dafür ist ein kupferhaltiges Molekül namens Hämozyanin. Während Menschen eisenhaltiges Hämoglobin zum Sauerstofftransport nutzen, verwenden Kraken Kupfer im Hämozyanin. Dieses Molekül ist besonders effektiv in kalten und sauerstoffarmen Umgebungen, was den Oktopussen einen evolutionären Vorteil verschafft. Während Menschen eisenhaltiges Hämoglobin zum Sauerstofftransport nutzen, verwenden Kraken Kupfer im Hämozyanin. Dieses kupferhaltige Molekül verleiht ihrem Blut nicht nur seine charakteristische Farbe, sondern ermöglicht es ihnen auch, in extremen Umgebungen zu überleben, in denen andere Lebewesen Schwierigkeiten hätten. Das funktioniert besser in ihren kalten, extremen Lebensräumen. In diesen Umgebungen ist das Hämozyanin besonders effektiv, da es auch bei niedrigen Temperaturen eine hohe Sauerstoffbindungskapazität aufweist. Dank dieses Systems können Kraken in Tiefen gedeihen, die für viele andere Lebewesen unerreichbar sind. Sie sind in der Lage, in verschiedenen Tiefen und unter unterschiedlichen Bedingungen zu überleben, was sie zu wahren Meistern der Anpassung macht. Sie passen sich an verschiedene Umgebungen an, egal ob in der dunklen Tiefsee oder in wärmeren, flacheren Gewässern. Diese Anpassungsfähigkeit ist ein weiterer Grund, warum Oktopusse so faszinierende und erfolgreiche Lebewesen sind. Und damit nicht genug. Die drei Herzen unterstützen auch ihre erstaunliche Beweglichkeit und Intelligenz. Die Fähigkeit, schnell zu reagieren und sich an verschiedene Situationen anzupassen, ist entscheidend für ihr Überleben. Mit ihrer komplexen Gehirnstruktur und der Fähigkeit, jedes ihrer acht Arme unabhängig voneinander zu steuern, sind Kraken Meister der Tarnung und geschickte Jäger. Diese Fähigkeiten werden durch ihr einzigartiges Kreislaufsystem unterstützt, das sicherstellt, dass sie immer genug Energie und Sauerstoff haben, um ihre beeindruckenden Fähigkeiten zu nutzen. Ihre Herzen arbeiten im Einklang, um den erhöhten Sauerstoffbedarf bei schnellen Bewegungen zu decken, ZAMS B, wenn sie ihre Farbe oder Textur ändern, um sich in ihre Umgebung einzufügen. Diese Fähigkeit zur schnellen Anpassung ist ein weiterer Beweis für die unglaubliche Effizienz ihres Kreislaufsystems. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Drei-Herzen-Kreislaufsystem des Kraken ein Beweis für die unglaubliche Anpassungsfähigkeit und Effizienz der Natur ist. Diese Kreaturen haben sich im Laufe der Evolution perfekt an ihre Umgebung angepasst und nutzen ihre einzigartigen Fähigkeiten, um in den extremsten Umgebungen zu überleben. Diese faszinierenden Kreaturen sind ein Paradebeispiel für biologische Innovation und evolutionäre Brillanz. Ihre Fähigkeit, sich an verschiedene Umgebungen anzupassen und ihre einzigartigen Fähigkeiten zu nutzen, macht sie zu einem der beeindruckendsten Lebewesen der Meere. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Video. Wir hoffen, dass ihr genauso fasziniert von den Oktopussen seid wie wir und dass ihr etwas Neues über diese erstaunlichen Kreaturen gelernt habt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.